Shalom, alaikum, yohuan, Söhne. So, vielleicht ist es nicht lustig. Nee, da ist es nicht mehr lustig. Ja, wir versuchen hier gerade krampfhaft die Aufnahme zu starten, damit wir es hinter uns haben. Ja, wir wollen jetzt diese letzte beschissene Kampagne hinter uns bringen. Oh, jetzt geht's aber schnell los. Bei euch auch? Ja, genau. Oh, Blut. Wenn ich jetzt wieder Tastatur- und Faustprobleme habe, dann liegt das am Spiel. Weil meine Sachen funktionieren jetzt. Eigentlich. Die letzte Zeit. Riecht doch ganz nett. Wir haben auch wieder die... Das sind keine alten, das sind aber auch keine neuen Charaktere. Nicht gegenseitig anschießen, das tut nicht weh. Habe ich nicht vor, ich habe in die Gegend geschossen. Das tut weh. Ja, da kriegst du jetzt Schaden. Du bist blöd. Spielen wir wieder auf normal? Ja. Goll. Dann los. Seid ihr alle ausgerüstet? Ja. Gut. Oh, oh. Da kommen sie. Zombie Bitches! Oh! 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 Wie sagt die Juli noch? Hat der gerade bloß Schlampe gesagt? Ich bezweifle, dass hier in dem Spiel einer Schlampe das Wort Schlampe genutzt. Schlampe! Das ist immerhin nach 16, weil es alles zensiert. Den neuen. Was? Soll ich mal den neuen Devil May Cry aufnehmen? Der auch bestimmt gesperrt auf YouTube. Ja, ne? So oft wie die, was die da sagen. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ja, das ist schon ein guter Spiel. Ist irgendwo ein Hunter! Ja, der war hier oben. Komm, wir gehen hier auf den Hochsitz. Oh. Oh, Spitter! Scheiße! Alter, ich stehe voll drin, ey. Und da ist ein Hunter. Ah, Hilfe! Ist auch hier! Jetzt hörst du doch heulen, der ist schon tot. Ja! Geweck, du Smoker! Stufen! 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 Oh nein, wie gefährlich! Stufen! Hier oben ist, äh... Warte... Vorsicht, Stufe! Oh! Sonst... ist da nur... Eika! Was denn? Oh, cool, Rochelle, danke. Ich muss dich verabschieden. Ach, jetzt sind wir... Irgendwie finde ich Rochelle hilfsbereiter als die anderen Kerle, die da waren. Du, der verdammte Nazi! Vorsicht! Da liegt ein Kanister. Ja, wofür? Kanister? Einfach so, weil ich Spaß hab. Toll. Guck mal, die Leiche brannte. Ich stehe in Rochelle. Ich kann durch ihren Körper gucken. Bis auf den Boden. Ja, ist doch gut. Das ist wieselig. Ich meine, es gibt viele Typen, die wollen hier in deine Dame stecken. Schießt da auch. Der kann jetzt alle vor nach. Der kann jetzt alle vor nach. Der kann jetzt alle vor nach. Ich war da irgendwie davor und dann hatte ich irgendwie nie freie Schussbahn. Ja, klar. Ja, ich... Ich sag, ich habe mich hier anschließend macht ja Schaden, sonst hätte ich einfach durch die Tür geschaut. Spät! Ich stand zwar die ganze Zeit aber wurscht. Ja, ich kanns nicht. Was? Wenn wir oben drauf ist, ist der erstmal drin. Oh Mann, oh. So, ich sag mal, von hinten, die laufen nicht weg. Die Geräusche sind hier leider ein bisschen laut. Tut mir leid, ich hatte nicht so viel Zeit zum Pegel. So. So Mädels. Oh. Willst du mich verarschen? Hört ihr auf mich abzuknallen? Ja. Oder hat einer gekotzt? Der hat wirklich gekotzt. Ja, ich weiß. Können die? Machen die. Ich kann auch pinkeln so manchmal. Hier ist Molly für mich. Durchs Fenster? Okay. Warum soll ich denn durchs Fenster spielen? Fenster geht nicht auf. Das hier. Da kommt einer hoch. Willst du dir warten? Danke. Worauf denn? Auf mich? Boah, Alter. Kommt der hier einfach so hoch? Er ist voll gruselig. Voll creepy, Mann. Wir können auch außen rum gehen, dann tun wir uns wenigstens nicht weh. Deine Mutter tut sich nicht weh. So können wir gehen, bitte? Boah, ein Hunter! Aha, dann wollte er... Ich würde sagen, wenn wir den Baum stammen, ne? Mhm. Schmugga! Wie langsam jemand nur rüber als snieken kann. Da liegt was, ne? Schmugga! Schmugga! Ich bin hier vorne bei einem Ding. Du musst doch gerade helfen. Hier ist irgendwo das Helfen. Bunker wird geöffnet. Ich mach schon mal auf. Ach, ich kann nicht alleine weitermachen. Hier musst du ja... Ähm, was? Die Verbindung ist gerade weg. Warum? Ja, erneuter Verbindungsversuch zum Server. Zum Server. Ja, zum Teufel. In 15 Sekunden. Oh. Du bist jetzt einziger drin geblieben. Ich bin nicht drin. Ach so. Ich hab ja aufgeschoben und dann hat's irgendwie nichts mehr gemacht. Und da dachte ich so, oh, alleine kann ich das nicht aufschieben. Hier müssen wir helfen. Und jetzt werden wir aus dem Server geworfen. Ja. Ja, dann machen wir einfach nochmal. Vielen Dank. Toller Server. Weißt du, gucken wir uns extra Werbung an. Nee, diesmal kam gar keine, ne? So, ja. Also, ne, hallo und willkommen zur letzten Kampagne. Zum Versuch nochmal vier oder fünf. Oh, ich hab jetzt keine Lust mehr. Also... Ja, wir versuchen die ganze Zeit schon irgendwas zu wuppen. Meldung des Tages. Schnauze. Irgendwie klappt das nicht. Ja, irgendwie, ne? Irgendwie... irgendwas will uns davon abhalten. Irgendwie ist nicht gewollt, dass wir weiter aufnehmen. Und das ist die letzte, das letzte Kapitel. Weiß jemand, was lang geht? Weiß nicht. Riecht doch ganz nett. Worauf warten wir noch? Weiter! Einmal hier. Alle Sulfzen. Einmal da. Hm. Wie... Ich hab die zweite Waffe nicht bekommen, die zweite Pistole. Zweite Pistole. Vorsicht! Ich hab dich erschossen. Sind die andere Anfangsdaten jetzt gewesen? Ja, die sind immer unterschiedlich. Ach so. Also, ne, also ganz am Anfang. Ich glaub, die Gewehre waren jetzt gleich. Aber so dieser Schlagküppel, der war anders. Da lag vorhin auch eine Axt und so ein Baseballschläger. Hallo? Oh, sorry Tani, ich dachte, du warst ein Zombie. Ähm, ja, danke. Seh ich aus wie einer von denen? Ja. Manchmal entspannt. Wir sind ja okay. Wo ist er denn? Oh, neunmal. Äh. Wie's reitet auf ihn? Wie's reitet auf ihn? Was? Der ist ein Charger irgendwo. Da. Ja, der kommt da gerade auf dich zu. Aua. Er hat mich. Er hat mich. Er zieht voll viel ab. Mann ey. Willst du mich heilen, Schlappe? Er hat mich. Nein. Das geht doch nicht. Hier liegt ne... Hier liegt ne Gewehr. Okay. Die ist echt spitze. Die ist echt spitze. Oh. Verpiss dich. Ja, dann weiter. Ach was, Lumpy. Was? Weiter. Oh, ich hab nur weiter. Und ihr nicht? Da unten brennt was. Deine Mura. Deine Mura brennt. Hier runter. Beim Scheißen aufm Klo am besten noch, ne? Oh, Sy. Die umzingeln dich. Guck mal, die mögen ihn, ne? Ja, ne? Ich glaub, er hat endlich Freunde gefunden. Die ganzen Fanboys und Girls. Ah, wie schön. Sy hat Freunde gefunden. Hallo? Wo denn? Iiii. Steht der so neben mir? Ich dachte, war das Setup für ne Mistgeburt. Oh, man. Oh, man. Erstmal stehen hier gar keine. Da steht ein Boomer. Boah. Hast du die gesehen? War wunderschön. Jetzt sind wir ungefähr an derselben Stelle wie, äh... Guck mal, da kommen Zombies aus dem Moor. Aus dem Moor? Aus dem Moor. Aus dem Moor. Du meinst aus dem Mr. Moor-Game? Genau. Der Mr. Moor. Oh, die Rochelle, die... Moor. Gimme, 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 moor. Du hast die Meute aufgewiegelt. Ah, toll. Die Meute, ne? Die Meute, ne? Jetzt kümmere dich mal da drum. Bringt viel? Ja, jetzt kommen gerade keine mehr. Oh, hinter uns. Ich lade! Oh, ich lade! Toll, man kann unten rein, aber... ist alles voll aufs Kripp. Nája! Ich schaue rein! Oh! Fein! So. Jetzt aber runter, Tani. Lade nach! Geh doch erstmal in den Safe Room. Ich heil mich auch mal eben. Gerade stand sie vor dem Tisch mit den ganzen Sachen. Nein, ich stehe ein bisschen wieder weg. Und das war der erste Streich und der zweite erfolgt.